Guten Tag, mein Name ist Thomas Kubot, ich bin einer der Mitgründer von Ari Motors. Ich sitze hier in unserem brandneuen Ari 902, 90 kmh Höchstgeschwindigkeit, zwei Personen passen hier rein und alle Details zu dem Fahrzeug schauen wir uns jetzt genau an. Ja, der Ari 902, hier jetzt mal in der feuerroten Variante Pure, das heißt ganz nackt, ohne Zusatzzubehör, einfach so wie er daherkommt mit einem Standardakku, dahinter dann der im strahlend weiß, das ist der Cargo-Variante und dann in hellblau die Komfort-Variante. Hier erstmal ein Blick in den Kofferraum, den kann man entweder über den Funk-Geschlüssel aufmachen oder eben im Armaturenbrett, 766 Liter, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Dann hier ein schneller Blick aufs Armaturenbrett und den Fahrstufenschalter. Ja, an der Seite gibt es ein richtiges Handschuhfach, direkt per Hebel aufmachbar, dann da unten noch zwei USB-Anschlüsse, hier jetzt die Bedieneinheit für die Lüftung, die optionale Klimaanlage, Warnblinkanlage und dann den Fahrmodus-Schalter hier in der Mitte, davor dann noch so eine praktische Ablage für das Mobiltelefon und dann eben noch so ein Screen für die Rückfahrkamera, da kann ich dann auch noch per USB Musik abspielen. Hier das Tacho mit der Akkukapazitätsanzeige, Kilometeranzahl, Fahrstufenanzeige und der Uhrzeit. Also alles, was man so braucht. Dann hier unten nochmal dieser Schalter für den Kofferraum, Lichthöhenverstellung und Reset-Knopf plus dann hier der Blinker und Hupe und hier nochmal der Scheibenwischer und die Wischwaschanlage, darunter dann das Zündschloss und dann hier nochmal in der Tür die Fensterheber, die Zentralverriegelung und da unten dann nochmal Lautsprecher mit so einem, in der Tür dann noch so eine kleine Mini-Tasche. Der Blick unter die Motorhaube offenbart erstmal nicht großartig überraschend jede Menge Elektronik, sowas wie den Motorkontroller, aber dann auch eben das Wischwasser oder die Bremsflüssigkeit. Also keine großen Überraschungen. Das Fahrzeug ist ein frontgetriebenes Fahrzeug, hat jetzt hier, man sieht jetzt so gerade ein bisschen, 7,90 Meter ein Wendekreis. Das ist schon sehr, sehr wendig und macht das Fahrzeug wirklich sehr leicht beherrschbar, gerade wenn man dann die optionale Servolenkung mit zunimmt, die dann eben gleich in Verbindung mit der Klimaanlage kommt. Ansonsten hört man jetzt ja hin und wieder mal so ein kleines Piepsen, das ist bis 20 kmh, dann hört es auch auf. Jetzt fangen wir mal kurz in den Innenraum rein. Ja und man hört eben klar, man hört den Motor, man hört die Windgeräusche, man hört die Abrollgeräusche. Es ist nun mal ein kleines Fahrzeug und da hört man natürlich ein bisschen mehr als jetzt bei einer großen, komfortablen Limousine. Dennoch, wir haben sehr gute Fahrwerte. Das Fahrzeug ist sozusagen mit seinen knapp 90 kmh Höchstgeschwindigkeit wirklich sehr gut unterwegs, also gerade im Stadtverkehr ist man da sehr, sehr zügig und flüssig unterwegs und auch der Sport auf 50 kmh ist in gerade mal 8 Sekunden absolviert. Also auch hier, logisch, gewinne ich jetzt keine großartigen Rennen, aber dafür ist das Fahrzeug auch nicht gedacht, sondern es ist dafür da von A nach B zu kommen. Um dann hier zum Beispiel im Bild mit unserer Einstiegsvariante, dem Ari 902 Pure ohne jegliche Extras und der Einstiegsbatterie einfach den ganzen Tag durch die City zu fahren oder durch die Umgebung, um eben Lebensmittel von A nach B zu bringen, was aber dem Fahrzeug nichts ausmacht, weil es eben für die Kurzstrecke gemacht ist. Ja, da geht kein Dieselfilter zu oder hier in der Cargo-Variante, die dann eben schon über Servo und Klima verfügt, was im Grunde bei viel Einpark-Vorgängen natürlich schon sehr, sehr hilfreich ist, um dann hier eben für eine Apotheke meinetwegen irgendwelche Medikamente hin und her zu bringen und da ist man ja auch ständig unterwegs. Das ist also so das ideale Einsatzgebiet oder wer es eben etwas komfortabler haben möchte, der wählt die Komfort-Variante. Die Komfort-Variante ist auch mit Servo und Klima ausgestattet, dann noch mit Nebelleuchten, dann hat es noch so ein Fahrassistenzsystem von Mobileye mit drin, wo dann eben auch auf Notbremsung hingewiesen wird und so weiter. Also dieses Fahrzeug hat unter anderem auch eine Vierjahresgarantie, dass man also für seine gesamte Leasinglaufzeit komplett abgesichert ist und dann eben als Immobilienperson da einfach seinen Smart vielleicht mal ablöst, weil man sagt, naja, so ein Diesel-Smart ist vielleicht doch nicht mehr ganz so zeitgemäß. Aber natürlich ist das Fahrzeug auch geeignet, um die täglichen Herausforderungen zu meistern, dass man Beruf und Familie und was man alles so hat noch unter einen Hut bringt und dann eben zwischendrin auch schon nochmal den einen zur Kita, den nächsten zum Sport oder was auch immer bringt. Aber immer beachten, es gibt nur zwei Sitzplätze, weil es handelt sich ja hier um ein Nutzfahrzeug, aber dennoch viel Platz für allerlei Dinge, ob das nun die Fußbälle sind oder wie in diesem Fall jetzt hier ein Laufrad oder was auch immer, was man alles so täglich mit sich rumschleppt, ob das nun eben das Verbandsmaterial ist für den Pflegedienst oder, oder, oder. Man hat also ja täglich immer viel mit sich rumzufahren. Es gibt dann auch langfristig hier die Möglichkeit, an der Anhängerkupplung nachzurüsten mit 350 Kilo Zuglast und 75 Kilogramm Stützlast. Also letztendlich, das Fahrzeug ist schon ein sehr, sehr universell einsetzbares Fahrzeug. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, das ist doch genau das Richtige für mich, für mein Unternehmen, für mein Geschäft. Tja, dann gehen Sie doch am besten mal direkt auf unsere Webseite, konfigurieren Sie sich so ein Ari 902, ob nun in der Pure, in der Cargo oder in der Komfortvariante und dann erhalten Sie innerhalb von zwei Minuten ein unverbindliches und kostenloses Angebot und dann sprechen wir einfach darüber, ob so ein Fahrzeug genau das Richtige für Sie ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald. 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 Bis bald.